Musik Fuchs Schmierstoffe mit Hauptsitz in Mannheim ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fuchs Petrolub. Fuchs entwickelt und produziert hochwertige Schmierstofflösungen für nahezu alle Anwendungsbereiche. Um die Qualität zu sichern, werden ständig Warenproben im Labor analysiert. Mit einem Produktvorlauf von 20 Litern lassen sich Verunreinigungen durch Rohre oder Schläuche ausschließen. Vor Einführung des neuen Verfahrens war die Beprobung ein belastender Prozess. Bei der Entnahme des Vorlaufs war zu bemängeln, dass sehr hohe Lastgewichte bewegt werden mussten. Bis zu 120 Mal pro Tag 20 Kilogramm. Und dann kam noch dazu, dass quasi der Vorlauf entsorgt werden musste in einen IBC-Container. Dabei war es notwendig, dass man quasi über die Horizontale gehen musste mit dem Eimer. Und zusätzlich gab es noch die Gefahr, dass etwas Öl verschüttet wird und dadurch noch eine Rutschgefahr besteht. Und dann habe ich mir halt mal so einen Gedanken gemacht, wie man es irgendwie besser machen könnte. Und jetzt ist es so, dass wir einen Schlauch anschließen und wir pumpen das Öl direkt in eine Wanne. Und da haben wir so eine Markierung drin. Und dann pumpen wir bis an die Markierung ran. Dann nehmen wir die Probe und dann pumpen wir das Öl aus der Wanne in den Container rein. Die Ergonomie ist weitaus besser als vorher. Also Sie müssen nicht mehr 20 Kilo hochheben, sondern noch 2 Kilo. Für die Mitarbeitenden wurde die Situation wesentlich verbessert, dadurch, dass die Gefahr des Verschüttens des Öls und somit die Rutschgefahr beseitigt wurde und die Ergonomie wurde verbessert. Durch das neue Verfahren besteht natürlich keine körperliche Belastung mehr. Das Probeziehen geht viel, viel schneller. Und heute ist eine wesentliche Erleichterung, da wir nur noch einen Anschluss anschließen und keine Eimer mehr tragen müssen. Wir nehmen das jetzt auch speziell im betrieblichen Vorschlagswesen wahr, dass eigentlich das immer so ist, dass aus der Praxis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz optimieren und in dem Fall halt auch das sehr gut gelingt. Das, was wir bei den Tanklastzügen machen, machen wir mittlerweile auch bei den Kesselwagen. Es ist sehr gut angenommen worden von unseren Kolleginnen und Kollegen. Die haben gesagt, das ist eine tolle Erfindung. Beprobung leicht gemacht bei Fuchs Schmierstoffe in Mannheim. Beprobung leicht gemacht bei Fuchs Schmierstoffe in der god 굶 Kafka вз griktCI trilgerischen Messiahli. Beprobung leicht gemacht bei Fuchs Bege Agrum